Wettelpaps hier. Was ist das für eine Scheiße? Alter, das ist ein Kutschenrad. Das ist ein fucking Kutschenrad. Das gibt es nicht. Moin Jungs, Moin Mädels. Wir fahren jetzt los nach Cottbus zum Treffen mit Buntjugend. Ihr werdet gleich ein paar Ausschnitte sehen während der Fahrt. Und dann sehen wir uns vor Ort. So, wie ihr sehen könnt, sind jetzt hier mit Buntjugend. Schönen Eimer. Da haben sie alle hier ein paar Magneten mitgebracht. Welche haben auch noch einen Terror mit. Wir haben ja unseren Terror jetzt weitergegeben. Wir schmeißen natürlich mit dem Biest beide rein. Und dann seid gespannt auf das Video. So. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt wie du hattest, hier ist das komische U. Die gehen unten sehr gut ran. Was soll man das ist? Jans, Jans. Da müssen wir schon ein paar Jahre länger liegen. Ja, so ein Draht-Ding. Hoppa. So ein Draht-Ding, was? Gab auch wieder so ein Teil. Alter. Oh, locker. So, du hast kommst wieder rein hier. Was ist denn das hier? Geht auch fest wie Scheiße. Guck mal jetzt auch wieder. Gussreisern. So, kleiner Location wechseln. Und gerade oben auf der Brücke. Jetzt gehen wir mal runter. Alter, ihr guckt euch das mal an. Also, die Strömung da hinten, die will ich ungern im Wasser. Ja. Wollen wir mal gucken, was wir hier unten rausziehen. Oben haben wir jetzt erstmal nichts mehr weiter rausbekommen. Die schmeißen wir immer noch schön mit dem Terror, zwei Terror hin. Total gute Unterstützung von oben. Wir gucken von unten. Passt. Alter. Oh, was hat das gewesen? Wie ist das denn auf? Wo ist denn dieser komischen Stang? Ach so, wieder Gussreisern. Oh. Scheiße. Digga, hier. Alles Guss. Suss. Was macht ihr denn hier? Haken. Haken. Wir haben hier einen Kaufwagen. Können wir den einfach hochziehen. Haken ist da drin. 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 Ja, der liegt noch gar nicht so lange drin. Ja den können wir noch. Da liegt einfach nur ein euro. Was ist das Ding mit dem? Alter mit dem ab. also gestern abend ist er hier an dem dreck gestern abend ist er nicht hingelaufen wir werden auch noch belohnt hier da ist der leon unser fahrrad scheiße kleinbar meine fresse ja hätte noch kleinere stange sein können nein nicht dagegen ja ich weiß könnte wirklich eine alte geländerstange sein könnte doch genauso gut ein straßenschildding sein aber ein bisschen groß ich hab doch rot am haken ich denke was ist er muss er immer was ist er immer was ist er immer schrauben mega geil nichts nennenhaftes nichts namenhaftes nehm mal mit. So, jetzt war mal unter die Brücke gewechselt. Hier liegt schon so viel Schrott am Rand. Ist ja der Wahnsinn. Kann man vielleicht auch mitnehmen, den ganzen Scheiß hier. Immerhin wurde wahrscheinlich der größte Teil weggeräumt. Aus dem ganzen Splittlicht hier noch. Schon mal ein Pluspunkt. Wir machen die Fischer einen Cottbus. Eliessen macht eure Arbeit halbwegs vernünftig. Ist schon mal gut. Alter. Alter. Hier geht es schon wieder. Das Wasser ist schön klar hier. Alter. Lol. Oha. Ach scheiße. Hier. Schön. Vom Fahrrad das Ding hier. Kettenspanner? Ne, Kettenspanner ist es nicht. Aber die Kette, die gegenlangläuft, ne. Die Westerart, ich meine. Aber ich habe das Gefühl, das restliche Fahrrad ist auch nicht weit entfernt. Hat sich gerade sehr, 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 sehr stark magnetisch angefühlt hier. Und ich glaube, da wird noch mehr sein. Au. Scheiße. Außer die Scheißstange hier. Da sind so viel Pissbeutel hier dran. Ist da Scheiße drin? Ist das ein Sandsack? Keine Ahnung. Ist das Sand? Ist einfach Sand? Was? Keine Ahnung. Ehefrau verschwinden lassen? Ja, ja. Such deine Stromhose. das ist einfach nur sand jetzt hier noch ein irgendwas nichts besonderes aber jetzt ein Schrott wieder so ein Stallding perfekt hier ein Dreizack nicht tuns Dreizack aber ihr könnt hier Location gewechselt in einer kleinen Brücke wir waren war das Tier Brücke da gegenüber oder die weiter hinten haben wir gerade schon gewesen jetzt kicken wir hier mal wir haben schon auf jeden Fall eine dicke fette Stange da raus gezogen und ja dann mal kicken naja gut euer Spot neues Glück man sieht schon direkt die riesen Stange hier langsam warte 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 Bitte, Papsi. Keine Ahnung, was ist erst. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Was ist das denn jetzt schon wieder? Das ist voll mit Scheiße, Alter. Seil? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, könnte auch irgendein Blumentopf gewesen sein, wenn du was drin machst. Alles möglich, aber keine Ahnung. Jetzt hier Fahrradkörper, oh Gott. Das müsste ein Fahrradkorb sein, aber das Fahrradschloss auch noch dran. Vielleicht liegt das Fahrrad auch noch hier drinnen wieder. Dann fang ich erstmal hier hin. Alter, das ist ein Kutschenrad. Das ist ein fucking Kutschenrad. Das gibt's nicht. Das ist der Wahnsinn. Der Francesco ist ein Kutschenrad. PAtlegger ist für две Stunden zum Fahrrad So,=" und Mädels". Der Tag ist vorbei. Eine sehr, 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 sehr gute Ausbeute. Sie können sehen, das ist hier wirklich alles randvoll. Ich weiß nicht, ob man sieht, es ist ein bisschen dunkel hier, aber bei Oppan nochmal ein bisschen Film. Also wirklich randvoll. Sehr schöner Tag, auch sehr schöner Tag mit Bund Jugend. Danke nochmal an Bund Jugend auf jeden Fall. Genau, danke nochmal für die Einlanger, was ihr das ja vorher schon gesehen habt. Dann sage ich mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.